hey hallo schön dass du eingeschaltet hast herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist Ina und hier auf meinem kanal geht es um nähen DIY und upcycling und jetzt geht es auch schon direkt los mit der nähanleitung ich möchte heute mit euch wieder eine schöne tasche nähen und dafür habe ich mir diese zwei kissen bezüge rausgesucht die sind 50 x 50 cm groß dann kommen noch diese teile dazu ringer die ringe oder hier diese dreieckigen davon zwei stück zwei karabiner eine leiterschnalle zwei kurze gut stücke für die ringer und dann kommen noch gut bänder dazu ich habe hier vier zentimeter breite genommen die sind 70 cm lang zwei stück davon und dann noch einen langen gurt der ist drei zentimeter breit damit er in die leiterschnalle passt und in die karabiner und 1 meter 20 lang dann brauchst du noch ein kreis der durchmesser ist 19 cm los geht's als erstes legst du die kissen bezüge so aufeinander der boden liegt genau aufeinander und die reißverschlüsse liegen oben dann schneidest du dort die reißverschlüsse ab anschließend wendest du die reißverschlüsse so dass die linke seite außen ist sieht ein bisschen hier aus als wer bibel in der mauser jetzt also die kissen bezüge wenden links ist jetzt außen und die ecken unten legst du jetzt so vor dich hin dass das einen einen rechten winkel ergibt dann nimmst du dir ein lineal oder geodreieck und zeichnet an den ecken eine zehn zentimeter lange linie ein die mitte des geodreiecks liegt auf der naht und nach rechts und links jeweils fünf zentimeter ich fixiere das mit einer nadel und das mache ich nun an allen vier ecken dann wird das dort zusammen genäht also genau auf der linie anfang und ende der naht gut verriegeln dann kannst du die ecken abschneiden wenn das erledigt ist kommen beide kissen bezüge rechts auf rechts ineinander hier lege ich die seiten nähte aneinander und fixiere sie mit einer klammer dann legst du die kissen bezüge so vor dich hin dass die kanten aufeinander liegen also von dem inneren kissen bezug und von dem äußeren treffen die oberen kanten aufeinander dann wird es einmal so rüber geklappt um die mitte zu markieren da streiche ich einmal über den stoffbruch oder auch zweimal und markiert das mit einer nadel und dann kommt der kreis zum einsatz den fall dich einmal zur hälfte zu einem halbkreis und die mitte kommt auf die nadel und dann wird der halbkreis auf den stoff gezeichnet rechts und links an die ecken kommt ein viertel kreis nun werden die kreise ausgeschnitten und dann geht es weiter mit dem gurt diesen wende shopper sommern auch crossover tragen können und daher werden nun die kurzen gurte durch die ringe geschoben woran später ein langes gurtband befestigt werden kann und das klammer ich schon mal so zusammen und dann kommen diese beiden gurte später noch dazu aber als erstes die kurzen gurte mit den ringen der ring kommt so zwischen die kissen bezüge und das gurtband steht etwas über und das ganze wird so an der seiten naht befestigt auf beiden seiten dann nimmst du dir ein gurtband und legst die enden so an das überstehende zwischen die beiden stoffe das gurtband steht ein zentimeter circa über und das ganze klammern auf beiden seiten dann die mitte ein bisschen klammern und auf der anderen seite das gleiche hier in der mitte wird nun eine wende öffnung von circa zwölf zentimetern markiert ich mache das mit nadeln und anschließend von nadel zu nadel das ganze zusammen nähen anfang und ende der naht gut verriegeln und die naht zugabe ist ein zentimeter bis nach oben nähen die nadel im stoff stecken bleiben lassen meine ich und wenden hier über das gurtband nähen und bis zu der nächsten nadel dann wird das ganze gewendet alles durch die wende öffnung ziehen die gurte herausziehen und dann die beiden beutel ineinander stecken und die wende öffnung mit ein paar nadeln zusammen stecken so die wende öffnung ist nun zugesteckt und nun kann das gebügelt werden auch der gelbe stoff es ist zwar synthetik verträgt das bügeleisen ich habe es getestet an einem reststück wenn dann die kante gut gebügelt ist wird das knappkantig abgesteppt einmal ringsherum entlang der kante absteppen und anfang und ende besonders das ende der naht gut verriegeln dabei schließt du auch direkt die wende öffnung die nadeln entfernen und einfach darüber hinweg nähen also ich mag beide seiten super gern also bei eigentlich kaufe ich die kissenbezüge nur second hand aber den gelben habe ich im schwedischen möbelhaus gekauft weil ich den einfach so witzig fand und ich finde er macht gute laune jetzt geht es weiter jetzt fehlt noch das gurtband einmal dafür den langen gurt so durch die leiterschnalle schieben und das ende einmal umknicken und dann so aufeinander klammern und dann wird das dort zusammengenäht ich nähe hier ein rechteck wie immer gut verriegeln dann das offene ende durch den ersten karabiner fädeln dann durch die leiterschnalle und dann durch den zweiten karabiner und hier wieder das ende circa einen zentimeter nach innen legen und dann aufeinander klammern und zusammennähen sowie vorhin und dann ist alles fertig jetzt kann der shopper auch cross over getragen werden kissentaschen nur für die schulter habe ich schon reichlich cross over fand ich da super praktisch ich hoffe mein video gefällt dir und freue mich natürlich wenn du mir einen daumen hoch da lässt kommentare und abos sind natürlich auch immer willkommen vielen dank fürs zuschauen und bis dann